Wir fliegen hier die ganze Zeit über diesen Planeten und ich finde gefühlt alles, nur nicht das, was ich will. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen so eine Rettungskapsel finden. Okay, was haben wir hier? Na gut. Landen wir mal, schauen uns das an. Ja, wo bin ich denn hier drauf gelandet? Oh, oh, es wird dunkel. Gefährlich. Gucken wir mal hier rein. Gibt es hier was? Ah, diesmal sind wir übrigens richtig abgebogen. Noch ein Kauwachs-Wort. Multi-Werkzeug. Ich möchte kein Multi-Werkzeug. Ich habe so viele Technologien... Ist das eigentlich auch was? Ich habe es mal übersehen. Nee. Gut. Hatte ich kurz Angst. Ist hier drüben vielleicht diesmal was drin oder ist das wieder so zerstört? Natürlich. Ich glaube, ich bastel mir gleich mal so ein Überbrückungsschiff. Vielleicht bringt es ja was. Sollte sich ja eigentlich ausgehen. Die Ressourcen dazu haben wir ja. Und? Habe ich diesmal Glück? Komm, komm, zeig's an. Aha. Schildplatte. Interessant. Aha, aha, aha. Das ist ja viel zu weit weg. So, äh, falsche Taste. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte so ein Überbrückungsschiff craften. Wie kann ich den denn herstellen nochmal? Plutonium haben wir. Eisen brauche ich ein bisschen. Daran soll es nicht scheitern. Zack. Dankeschön. Das haben wir sogar ganz gut abgemessen, hä? Dann mache ich den hier mal an und gucke, ob da was dabei rumkommt. Signalscanner. Wellenlänge. Monolith. Kolonialer Außenposten. Übertragung. Unterschlupf. Ich gucke mal nach Übertragung. Mal gucken, ob das was findet. Da fliege ich jetzt mal hin. Und wenn dat nix wird, dann... weiß ich auch nicht mehr. Da hinten ist ein Depot. Okay. Habe ich noch genug Energie? Ja, aber für den einen Start reicht's noch. Dann gucke ich mal, was bei dieser Übertragung los ist. Ach, das ist wieder sowas. Ach, Mr. Oh, das ist aber hell. Feuerwerk. Frage, war ich hier schon mal? Toll, bei dem war ich doch schon. Warum leuchtet das Ding hier eigentlich grün? Och, manno. Also, nach Übertragung brauchen wir nicht scannen. Hm. Was nun, was nun? Eigentlich wollte ich ja... Was ist das hier? Monolith. Habe ich ja nach dem falschen Signal gesucht. Seitenbahn habe ich noch eine Hand in Übertragung. Bin ich falsch abgebogen? Ach, Mist. Ich muss schon wieder auffüllen. Kostspiele hier, hä? Ich glaube, ich bin einfach zu früh abgebogen. Das ist auch ganz gut dann. Okay. Dann drückt die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Da unten ist was. Was ist unten? Ich will hier landen. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist auf jeden Fall ein riesengroßer Sendemast. Gut versteckt. Boah. Jetzt habe ich mich doch erschrocken, dass da so plötzlich so ein Viech da steht. Heimatland. Was geht denn hier schief? Okay. Wegpunkt. Nice. Was haben wir jetzt damit geschafft? Eine fortgeschrittene Lebensform entdeckt. Huch. In 25... Okay. Okay. Dann gehen wir nochmal zu der. Ich bin mal gespannt, wie wir da so finden. Ja, Platin nehme ich mit. Fortgeschrittene Lebensform. Was wollen die da? Klingt auf alle Fälle mal interessant. Aber das, nachdem ich suche, habe ich immer noch nicht gefunden. Nun gut. Ich will mal so ein bisschen den Weiß kennen. Hier den Abschlächer nach da drüben, den kann ich noch mitnehmen. Mal gucken, ob hier so eine komische Rettungskapsel ist. Und... Oh, ist das was? Hier rechts, ist das was? Es ist auf alle Fälle was anderes. Speichern wir mal ganz kurz hier. Jede Menge Speicherpunkte haben wir jetzt heute gesammelt. Natürlich Atlas Pass. Was ist das hier? Ein Terminal des galaktischen Marktes. Hallo. Willkommen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, dann können wir hier... Was können wir da... Dann verkaufen wir doch gerade mal. Das hier brauche ich nicht. Die Schildplatte... Die behalte ich mal. Guck hier, Platin. Kann man richtig gut verkaufen. Aber ich war jetzt trotzdem... Ich weiß nämlich nicht, wofür man es brauchen kann, eventuell. Ist das Schild? Ja. Ich mach's mal, aber die dürften eh auf Maximum sein. Nun gut. Hat sich nicht wirklich gelohnt, der Abstecher. Ähm... Hm. So, dann gebe ich das hier mal aufs Schiff, das hier mal aufs Schiff, das hier mal. Das hier und das hier ist das jetzt voll. Ja, war ja klar. Aber ist mir egal. Mist. Ich muss mich mal, glaube ich, ein bisschen schlau machen. Oder vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Ob ihr wisst, wie ich an diese Erweiterung von... vom Exo anzukomme. Vom Schiff ist ja klar. Da brauchst du... Da musst du einfach ein neues Schiff kaufen, um die neuen Plätze zu bekommen. Um mehr Plätze zu bekommen. Ach, ist das euer Ernst? Dafür? Auf der Plattform hätte ich nicht landen können, ne? Wäre zu weit weg gewesen. Nun gut. Schade. Hätte ich mir mehr verhofft, aber gut. Ziel erreicht. Ja. War nicht ganz mein Ziel, aber gut. Würde ich sagen, geh mal weiter. Ja, das ist mir jetzt im Moment dann etwas zu blöd. Wenn ich ehrlich bin. So ist da Platin. Ups. Jawoll. Hab ich gestackt. Dann würde ich sagen, fliegen wir zum nächsten... Handelspunkt. Also beziehungsweise zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Zu dieser... Wie heißen sie genau? Ah, danke. Gesundheit, immer gut. Aha. Noch eine Schildplatte. Was ist das? Ein Überbrückungschip brauchen wir. Den gucken wir uns gleich mal. Mal gucken, ob hier jemand drin ist. Guten Tag. Oh, ha, ha, ha. Hi, wie geht es dir? Ich komme gleich zu dir. Ich möchte mich noch kurz umschauen. Hier geht nichts. Hier geht nichts. Multiewerkzeug. Ja, Wahnsinn. Die gucke ich mich schon gar nicht mehr an. Handelsnetz. Ein neues Tool mit sieben Plätzen. Wir haben vier. Was haben wir denn hier drin? Plutonium, Plutonium. Und noch mehr Plutonium. Wo geht es hier hin? Nach draußen. Gut, dann rede ich mal mit dem guten Mann hier. Vielleicht hat der was Schönes für uns. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Energie. Entität. 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 Mein Gott. Hände schütteln. Als Gesundheit. Kostet mich das? Ach komm, wir schütteln in die Hand. Sie bedankt sich mit einem Geschenk. Das ist aber nett. Neue Technologie. Jackpack Booster. Das ist doch mal was Interessantes. Mal gucken, ob ich noch was machen kann. Ja, hallo. Wie schön. Wie geht es dir? Jichi. Okay. Um ein Wort bitten. Um Silikat. Nö. Ich möchte ein Wort. Ich möchte ja mit dir reden können. Das ist aber nett von dir. Kann ich noch was machen mit dir? Kohlenstoff. Habe ich eh genug. Das können wir jetzt Ewigkeiten so weitermachen. Außer etwas dagegen. Ja. Ja. Um Heilung. Treibstoff. Ich kann ja mal fragen. Och, das ist aber schön. Danke dir. Jede Menge Kulstoff. Das ist aber nett von dir. Ich mag den. Habe ich noch... Oh. Wobei, ich kann den mal ganz schnell verkaufen. Dann müssen wir das nicht auf dem Weg nach draußen machen. Aus meinem Inventar verkaufen. Dankeschön. So. Nein. 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 Mist. Das ist jetzt doof. Äh, wo ist denn jetzt mein Schiff? Ach da. Hallo Schiff. Noch ein Reisenmeilenstein. Jawoll. Noch ein bisschen das abgreifen. Was haben wir hier? Nicht allein. Vier Aliens getroffen. Waren alle sehr nett. So, was soll ich jetzt machen? Genau. Nun. Rüber. Kein Platz. Das ist ärgerlich. Denn. Ich lade mal hier auf. Plutonium haben wir. Kohlenstoff. Aufgeladen. Multi-Werkzeug. Lade ich auch noch. Oh, boah. Ich lade hier auf. Das ist fertig. So, hier kann man noch Technologien. Was haben wir denn hier? Ich habe hier. Puh. Also. Für das Multi-Tool haben wir echt jede Menge Technologien. Wie ihr seht. Die sind schon alle ziemlich krass. Aber ich möchte erstmal ein neues Multi-Tool haben. Ich möchte das nämlich ungern einfach verschwenden. Nun. Dann heben wir mal ab. Mit der letzten Startdüse, die wir übrig haben. Guck mal hier. Da ist ein Signal. Nicht dieser Planet. Da möchte ich hin. Können wir schon hier? 25 Minuten. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Hehe. Spaß beiseite. Jetzt machen wir mal den Impulsantrieb. Geht runter auf eine Minute. So. Wir können ja nochmal das Inventar checken. Die kann ich mal nebenher aufladen. So. Wir wollen ja vorbereitet auf den Planeten ankommen. Das ist fertig. Das ist fertig. Hier habe ich jede Menge. Ich würde eigentlich so gern so viel verkaufen. Aber. Die Leute wollen nicht das kaufen, was ich zu verkaufen habe. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Und ich würde eigentlich so gerne so viele Slots noch bedecken. Aber ich kriege die Dinger nicht dafür. Das ist echt ärgerlich. Naja. Vielleicht finde ich sie noch. Also. Es wäre schon sehr geil, wenn wir hier wenigstens ein paar Slots haben. Weil diese 12 Slots, die sind so schnell weg. Kann ich hier eigentlich für den Exo-Anzug schon noch was in der Technologie... Habe ich nur die. Okay. Seht ihr da? So wenig nur. Puh. 40 Sekunden. Was mache ich denn so lang? Ich habe den Kartenspiel dabei. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Einen Moment. Schönen. Während wir hier so auf diesen Ninon-Sank-Uditz-Planeten zufliegen. Noch mal eine ganz kurze Erinnerung für euch. Also ich habe das System sowie den ersten Planeten noch nicht genannt. Das heißt, es ist doch alles möglich. Ihr könnt weiterhin Kommentare schreiben. Und den Planeten oder beziehungsweise Vorschläge für den Planeten geben. Ist das auf der anderen Seite von dem Planeten? Oh oh. Gefahr. Planetare Störung. Sehr gut. Immer schön. Ist das ein Eisplanet? Oder ist das einfach nur weiß-dunkle? Naja. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Da ist ein riesen Goldklappen. Ja, dann, äh, der sieht eher ein bisschen trostlos aus, das gute Ding. Könnte aber auch, wie gesagt, daran liegen, dass wir... Hallo Planet. Biom, Knochen trocken. So siehst du aus. Flora unzureichend, Wächter typisch. Nun gut. Mist. Was war das? Ich guck mal hier. Ein wunderschönen guten Tag. Äh, da wollte ich ja nicht hin. Ich wollte hier hingucken. Ach, guck an. Hier hast du also auch wieder jede Menge Tiere, die du finden kannst. Dann scannen wir mal. Pflanze. Analysiere. Tue. Hier, ein Farn. Scanne diesen Farn. Er tut es nicht. Boah, da sieht aber schon ein bisschen krank aus. Hier haben wir echt jede Menge Zeug zum Scannen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das haben wir ja jetzt schon. Haben wir bereits entdeckt. Was ist das? Hab ich... Ich hab sehr viel schon entdeckt, offensichtlich. Okay. Nun denn, wir kommen jetzt nicht hoch. Ich renne einfach mal eine Runde. 69,9 Grad Celsius. Schnuckelig warm. Habe ich hier nicht gerade rote Punkte gesehen? Habe ich hier nicht gerade rote Punkte gesehen? Schöner Stein. Da hinten sind Punkte. Da könnte ich hingehen. Ich will aber nicht. Tolle Außenposten hier. Genau mein Ding. Also dieser Planet... Nee, nee. Das ist nicht meins. Der sieht sehr trostlos aus. Ah, da ist ein Außenposten. Das ist gut. Und da hinten hat es Gold. Das können die eigentlich zum Außenposten mitnehmen. Hier komme ich... Safe und war's gut. Das klingt hier alles echt verdammt unangenehm. Ach, was juckt mich denn der Wärmschutz heutzutage? Was ist denn das? Kohlenstoff. Hau ich nicht. Au! Willst du mich verkackern? Ach, das sind Wächter. Ich dachte gerade, das wäre eine Lebensform. Das Viecher hat mich einfach angegriffen. Habt ihr das gesehen? Hm. Die Viecher hören sich hier alle an, als würden sie sich gleich... ...zusammenschlagen. Wo war denn hier dieser riesen Goldklumpen? Das nenne ich verdammt groß. So eine richtige Lebensform entdecke ich hier aber auch nicht. Da wollte er doch analysieren und ich habe ihn eiskalt abgeblockt. Okay. So wie diesena ist ein Grund ist jetzt alles gecheckt. Das ist der ein Grund.